Herzlich willkommen bei Glück Kanzlei für Strafrecht. Mein Name ist Christina Glück. Ich bin Strafverteidigerin, Fachanwältin für Strafrecht, Rechtsanwältin und Gründerin der Kanzlei. Ich bin in Würzburg aufgewachsen und habe auch dort studiert. Ich wollte schnell auf eigenen Beinen stehen, deswegen habe ich bereits nach sieben Semestern mein erstes Staatsexamen abgelegt. Ich habe einige Jahre in wirtschaftsrechtlichen Kanzleien in Warschau gearbeitet und bin 1996 zur Anwaltschaft zugelassen worden. Seit 2002 habe ich meine eigene Kanzlei. 2006 bis 2016 war ich die erste Vorsitzende des Würzburger Anwaltvereins und von 2008 bis 2018 Mitglied des Vorstands der Rechtsanwaltskammer Bamberg. Es hat mich gereizt, Mandanten so gut es geht zu unterstützen und ich habe gelernt, dass in der Strafverteidigung ein Team wichtig ist. Deswegen habe ich 2020 Glück Kanzlei für Strafrecht gegründet und habe ein tolles Team gefunden in Rechtsanwalt Stefan Wagner, Rechtsanwältin Christine Martin, Rechtsanwältin Nadja Scholz und Rechtsanwältin Salome Götz. Wir sind Strafverteidiger. Wir stehen hinter ihnen und wir wissen wie belastend es ist ein Strafverfahren durchstehen zu müssen. Es verlangt von einem Beschuldigten enorme Kraft. Wir haben diese Kraft. Wir geben ihnen diese Kraft im Team. Bei uns erhalten sie immer drei Strafverteidiger an ihrer Seite. Wir sind mutig. Wir wehren uns. Wir legen Beschwerden ein. Wir stellen Anträge. Wir sind auf ihrer Seite und wir nehmen uns Zeit für Besprechungen, für Termine und für Gerichtsverfahren. Wenn Sie Interesse an uns haben, würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.